Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny und Chris hier, der Pferde-Podcast mit der To-Go-Ausgabe zum Wochenausklang wenig Zeit. Ist ja noch Arbeitswoche, ist natürlich jeden Tag wie jeden Tag ein Pferdetag. Jenny beim Essen eines Frühstücks-Honigbrötchens kurz zwischendurch erwischt. Du checkst gerade dein Handy, hast du schon die Instagram-Frage des Tages deines Pferde-Podcasts beantwortet? Nö, da bist du mir zuständig für. Live jetzt losgucken, Instagram aufmachen. Unsere Hörerinnen und Hörer haben das natürlich alle schon gemacht, ist ja klar. Vorlesen. Heute ist der heißeste Tag. Ups, scheiße. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Was bedeutet das für dein Pferd? Wie reagiert es? Was tust oder lässt du heute? Für mein Pferd bedeutet der Hitzetag? Schreibe etwas. Dass ich früh morgens in den Stall gehe. Also halte mich nicht auf jetzt. Wir machen das hier zackig fertig und dann kann ich los. Und was machst oder lässt du mit deinen Pferden? Also reitest du die ganz normal jetzt hier? Weil es sind ja noch keine 39, sondern nur 32,5. Es sind noch keine 32,5. Es ist noch nicht mal 8 Uhr. Ja, reiten. In der Halle. Wir werden uns auch in der regulären Ausgabe des Pferde-Podcasts beschäftigen mit dem Thema Hitze und Pferde. Also generell gefragt. Merkst du das, wenn so brutale Temperaturen sind? Also sind die Pferde, schlauch die das auch? Ächzen die? Also ich habe immer so das Gefühl, dass es dem Haarvieh gar nichts ausmacht. Der Nixen war auch immer in Hochform, wenn es mehr als 30 Grad hatte. Und Acey ist genauso. Bei Klecks kann ich das noch nicht so sagen. Das ist der erste heiße Teig, den ich mit ihm habe. Also deswegen. Aber klar, die schwitzen natürlich schneller. Ich würde auch jetzt keine zwei Stunden auf dem Pferd sitzen. Also maximal 20 Minuten, ein bisschen locker arbeiten und fertig. Was macht die Hitze mit euch und euren Pferden? Wir sind gespannt auf eure Kommentare und Anmerkungen via Instagram. Und in der Folge am Montag sprechen wir dann auch darüber, wie man sich Abkühlung verschaffen kann. Planschen und Schwimmen mit Pferden. Was sollte man beachten und was ist zu tun, wenn die Pferde erstmal Angst haben vorm Wasser? Das besprechen wir mit dem Tierpsychologen Stefan Valentin aus dem Saarland. Können Pferde auch Sonnenbrand kriegen eigentlich? Und welche Sonnencreme nehme ich dann? Wir klären das alles im Pferde-Podcast. Die neue Folge hörst du ab Montag überall, wo es Podcasts gibt.